Kennst du das? Du weißt nicht, was du gucken willst und suchst verzweifelt auf Netflix? Aber auch, wenn es doch eigentlich so viele Geheimtipps auf der Plattform gibt. Sobald du anfängst rumzuscrollen und rumzuklicken, besteht Netflix nur noch aus Weihnachtsfilmen und den räudigsten Rom-Coms unter der Sonne. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du denkst, okay, kid, dann guck ich halt auf ... Prime Video. Oh Gott, no. Oh Gott, no. Oh Gott, no! No! Nooo! Und hier beginnt ein Albtraum ohnegleichen. Apropos Rom-Com, was gibt es denn da so auf Prime? Kom-sch- Kom- Kom-sch- 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 Okay, klick auf die Kategorie Romantik und ... Ach so, geil. Pretty Little Liars Staffel 5 und das war's. Kennt ihr schon den Martial-Arts-Film Brave Mädchen tun das nicht? Okay, such ich mal nach The Office. Danke für die ganzen Filter, besonders Erscheinungsdatum letzter Monat oder letzte zwei Monate. Und jeder weiß es, nach Staffel eins und zwei ist die logische Konsequenz vier und dann sieben. Quizfrage. Wie komm ich jetzt zurück zu Prime Video? Richtig. Einfach auf alle, dann auf Prime Video, dann auf alle Videos. Wie, bei Gott, kann diese Plattform so unbenutzbar sein? Wirklich todernst gemeint. Diese Frage haben wir uns schon so oft gestellt. Einer der größten Konzerne der Welt, der einem der reichsten Menschen der Welt gehört, operiert eine der größten Streaming-Plattformen überhaupt. Warum ist die Prime Video-Benutzeroberfläche so schlecht? Und was sagt das über das Unternehmen dahinter aus? Fleabag, Marvelous Miss Maisel, The Boys, Invincible, etc., etc. Prime Video hat richtig, richtig gute, preisgekrönte Inhalte. Der Katalog der Streaming-Plattformen ist riesig. Amazon gibt jedes Jahr zig Milliarden für eigene Serien und Filme aus. Letztes Jahr hat der Konzern für circa 7,7 Milliarden Euro MGM Studios gekauft. Die bringen zum Beispiel James Bond heraus. Allein die erste Staffel der neuen Herr-der-Ringe-Serie, vor der wir übrigens panische Angst haben, diese CI-Matsche, warum sind das alles genau ... Egal, hat rund 426 Millionen Euro gekostet. Damit ist sie mit Abstand die teuerste Serie aller Zeiten. Game of Thrones war zum traurigen Schlusspunkt der Serie gerade einmal rund 83 Millionen Euro teuer. And are you happy with how things ended? Yeah. Ha? Best season ever! Amazon nimmt also richtig Geld in die Hand für Prime Video. Warum ist die Benutzeroberfläche dann so unfassbar schlecht? Kategorien funktionieren einfach nicht. Harry Potter und der Stein der Weisen wird als Drama eingeordnet. Auch auf der Startseite herrscht pures Chaos. Hier wird mir einfach Random Sherlock Staffel 4 vorgeschlagen. Das alles sind keine Fehler, die nur bei uns auftreten. All das ist seit jeher einfach Standard auf der Plattform. Auf allen Geräten. Manche Serien gehen beim Weiterschauen auch einfach irgendwo weiter. Bei The Expanse wurden wir einmal einfach in die fünfte Staffel teleportiert, danke. Wir haben einen Tech-Radar-Artikel gefunden, der genau dieses Phänomen beschreibt. Vor fast zwei Jahren. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für dieses Drama. Vorweg, hier beginnt die Spekulation. Zunächst wurde Prime Video sehr eindeutig als Ableger der Amazon-Hauptseite angelegt. Das Streaming-Angebot war ursprünglich eher ein zusätzlicher Pluspunkt, um Leute dazu zu bewegen, sich die Prime-Mitgliedschaft zu holen. Und so sind die beiden Websites weder visuell noch strukturell sauber getrennt. Noch heute funktioniert die Suche bei Prime Video wie bei der Amazon-Site selbst. Als würde man nach DVDs schauen. Tatsächlich sei die gesamte Plattform laut Experten auch heute noch wie ein Webshop angelegt. Ein zentrales Stichwort sind hier Conversions. Das ist eine Metrik, die beschreibt, wie viel Prozent aller Besucher einer Website letztlich etwas kaufen. Webshops werden in Bezug auf diesen Wert optimiert. Wie Produkte platziert werden, wie die Buttons aussehen, wie einfach es ist, am Ende auszuchecken. Alles in der Hoffnung, dass mehr Besucher zu zahlenden Kunden werden. Und Prime Video scheint auf Basis dieser Philosophie aufgebaut zu sein. Überall gibt es Dinge zu kaufen. Von 14 Highlights ganz oben auf der Website drehen sich acht um Bezahlinhalte. Scrollt man nach unten, mischen sich die Reihen mit Inhalten, die man kaufen muss, und die Prime-Inhalte. Vielleicht ist das die Strategie? Vielleicht will man gar nicht, dass Leute das riesige Angebot an Prime-Titeln wirklich erkundschaften können. Sie sollen lieber auf der Startseite hängen bleiben, sich dort Dinge kaufen, oder von Anfang an nach einem ganz präzisen, hoffentlich kostenpflichtigen Inhalt suchen. Hm. Aber irgendwie hinkt diese Theorie ein wenig. Prime könnte ja dennoch, ähnlich wie Netflix, ein sauber funktionierendes Such- und Entdecksystem haben. Dort könnte man ja trotzdem schön viele Bezahlinhalte untermischen. Es kann einfach kaum im Interesse von Amazon sein, dass die Kategorie Romantik genau einen einzigen Inhalt anzeigt und dass dieser Inhalt die fünfte Staffel einer Serie ist. Bleibt eine weitere Möglichkeit. Es juckt das Unternehmen einfach nicht. Prime Video ist trotz der Benutzeroberfläche mit viel Abstand Platz zwei aller Streaming-Services. Gleichzeitig gibt Amazon zwar Abermilliarden für Inhalte aus, aber trotzdem viel weniger als die Wettbewerber. Auch heute sei die Plattform für den Konzern laut einigen Analysen deshalb eher ein Teil des Prime-Angebotes und kein echtes eigenständiges Business. Das gesamte Geschäft von Netflix ist Netflix. Alle Abo-Services von Amazon zusammengenommen haben letztes Jahr zwar knapp 30 Milliarden Euro eingespielt, das sind trotzdem gerade einmal knapp sieben Prozent des 431 Milliarden Euro Gesamtumsatzes des Konzerns. Zum Vergleich, fast die Hälfte dieser Summe stammt aus Verkäufen in Online-Stores, vor allem natürlich über die Hauptseite. Vielleicht läuft Prime Video auch so gut genug für seine Zwecke? Am Ende ist es ja nur ein Bonus für die Prime-Mitgliedschaft, die wiederum vor allem ein Werkzeug ist, um den riesigen Online-Shop attraktiver zu machen. Wenn man so gewaltig und dominant ist, wird man vielleicht auch behäbig. Vielleicht werden interne Prozesse so kompliziert, dass sich am Ende nur noch sehr wenig vorwärts bewegt. Aber wie schwierig wäre es am Ende, diese Website einfach besser aufzubauen und Inhalte vernünftig zu kategorisieren. Amazon ist ein riesengroßes Unternehmen und hätte aus anderen Sparten bestimmt Leute, die die Benutzeroberfläche kurz mal general überholen könnten. Man könnte sich ja auch einfach alles bei Netflix und Co. abschauen. Wenn man eine halbe Milliarde für eine Serie rausballert, warum kümmert man sich dann nicht um all das hier? Was ist los, Jeff? Die Benutzeroberfläche von Prime Video ist in vielerlei Hinsicht ein Enigma. Immerhin wüsst ihr jetzt, wenn eure Serie mal wieder in irgendeiner zufälligen Folge, in einer zufälligen Staffel weitergeht, ihr seid nicht allein. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr über Prime Video denkt. Auf der Endcard findet ihr ein Video von So Many Tabs und einen Beitrag von uns zur Website von Apple. Ansonsten bis zum nächsten Mal.